So schmecken Discounter-Gins. Ich bin der Rumschnacker-Fachredlich und heute Abend will ich mich mit dir über Discounter-Gins unterhalten. Stell dir vor, du bist auf einer schönen Feier mit Freundinnen. Nicht so viele Leute. Eine gemütliche Feier. Und dann bringen die dir ein ganz besonderes Getränk. Einen Gin-Tonic. Du hast das noch nie wirklich getrunken und denkst, wow, was für ein geiles Getränk. Gehst damit nach Hause, läufst mit der Idee schwanger und gehst dann in einen Discounter, weil du denkst, das kann man da kaufen. Und dann bist du überfordert. Du findest verschiedene Gins. Und auf der Feier haben die auch irgendwas erzählt von halber Liter, 30, 35 Euro. Kein Problem. Das ist schon ganz schön teuer. Und beim Discounter findest du Gins, die 10 Euro auf 0,7 kosten. Ungefähr. Was ist also der Unterschied? Kann man diese Gins denn trinken, wo du doch dieses Erlebnis mit deinen Freunden bei der Feier, bei einem Gin-Tonic gehabt hast, wo ein Gin 30 oder 35 Euro kostet auf halben Liter? Und das machen wir heute. Ich habe fünf Gins vom Discounter eingekauft, hierher gebracht und die verkoste ich heute. Und dann sage ich dir, wofür die etwas taugen, ob die etwas taugen und was du damit anstellen kannst. Ich habe dabei einmal den Schwarzwald Gin. Der kommt bei uns im Norden vom Lidl. Dann habe ich hier den Hampstead. Der kommt auch vom Lidl. Dann habe ich den Mandalay Blue. Und der Mandalay Blue kommt bei uns vom Aldi Nord. Dann haben wir den Wellinghouse Gin. Der kommt ebenfalls von Aldi Nord. Und dann haben wir noch den Zellwicky Gin. Der kommt auch vom Aldi Nord. Wie du sehen kannst, diese beiden hier sind in 0,7 abgefüllt und die anderen drei in 0,5. Ich glaube, das Teuerste umgerechnet auf 0,7 ist 11 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. So, wir starten mit Lidl. Ich schenke mir davon eine kleine Menge ein. So viel, damit ich bei den anderen noch den Überblick behalte. Ich probiere die jetzt nicht pur, denn das hast du auf der Party auch nicht gemacht, sondern mische die in diesem Fall 1 zu 1 mit einem Tonic Water. Nur 1 zu 1, anders als üblicherweise 1 zu 3, 1 zu 4 mit Eis und was auch immer noch dazu. Damit ich den Gin besser rausschmecken kann. Ich trinke ihn auch aus. Ja, der Schwarzwald 3 Gin ist erstmal insgesamt sehr mild, obwohl ich nur 1 zu 1 gemischt habe. Kommt mit 43% Alkohol daher. Ein guter Gin hat immer eine etwas erhöhte Alkoholstärke, also über 40%. Weil man stelle sich vor, der Gin muss durch das Tonic, durch das Eis an deinen Gaumen kommen. Und wenn er da zu wenig Alkohol hat, dann verhungert er auf dem Weg dahin. Deshalb, ja, Anfang 40% auf jeden Fall. Das erfüllt der von vornherein. Ich habe auch hier gar kein Eis mit dabei, damit ich ihn besser schmecken kann. Der schmeckt ein bisschen nach Kiefernwald. Und das war's. Bietet also kaum eine zusätzliche Note. Ist rund, weich und hat dieses typische eben Waldaroma eines Gins mit dabei. Und wir machen weiter. Wir haben den Hampstead. Auch nur eine kleine Menge. Der Hampstead ist mit 40% abgefüllt. Und das wirkt auf den ersten Augenblick schon mal etwas schwach. Dann kommt 1 zu 1 Tonic dazu. Ja, selbst im Geruch stelle ich schon fest, der Schwarzwald hat mehr Volumen und der Hampstead geht deutlich flacher, schlanker daher. Die unterscheiden sich sehr deutlich voneinander. Das, was ich schon gerochen habe, macht sich auch im Geschmack breit. Der Hampstead ist viel schlanker im Geschmack und schmeckt Neulingen viel besser. Und zudem hat er so eine Touch-Minze mit dabei, die das Ganze recht fresh machen. Das ist schon für einen langen Abend richtig cool. Passt. Und die Waldnote, dieses Kiefernartige, das geht deutlich runter. Und wenn ich jetzt die beiden schon mal vergleiche, der Schwarzwald Dry Gin ist schon mal eher für den geeignet, der ein bisschen fortgeschrittener ist, der schon länger Gin Tonic trinkt. Und der Hampstead ist für einen Einsteiger richtig cool, der einfach einen schönen Abend haben will. So, dann nehmen wir uns den Mandalay vom Aldi Nord vor. Einer in der 07-Flasche. Wieder 1 zu 1 Tonic dazu. Im Verhältnis zu den anderen beiden rieche ich hier fast gar nichts. Also das Aroma in der Nase ist deutlich schwach. Ich gucke mal, was er an Alkohol hat. Auch 40%. Der Mandalay schmeckt auch so schlank und elegant wie der Hampstead. schlanker als der hier. Der hat mehr Volumen, mehr Körper. Und hier hatten wir diese minzige, diese kleine Note Minze, die so eine für Freshness ist. Und hier haben wir gar keine Minze dabei. Und im Gegensatz zu den anderen beiden kommt hier eine Spur Citrus mit nach oben. Eine andere Art von Freshness. Der ist noch länger geeignet, verliert sich aber relativ schnell. Wenn du da Eis drauf tust und vielleicht noch etwas anderes, dann wird der verschwinden. Wenn du ihn so trinkst im Gin Tonic, ohne Eis, einfach so als Feel Good Drink, dann passt der genau richtig. So, dann schnappen wir uns den Welling House. Ich gucke mal, was der an Alkohol hat. Auch 40%. Wieder 1 zu 1 Tonic drauf. Ich verkoste sehr gerne mit Fevertree Tonic Water. Das passt zu jedem Gin. Da musst du dir nicht die Frage stellen, passt es dazu oder nicht. Von der Nase her werde ich sofort an den Hampstead erinnert. Vielleicht liegt es an der dunklen Flasche. Ich weiß nicht. Aber der kommt von Aldi, der von Nidl. Schlanker Körper. Der Waldeindruck geht ein bisschen nach oben, steht also über den, aber unter dem hat ein bisschen Citrus und Minze. Also irgendwie eine Mischung aus allen dreien. Hält auch nicht lange nach. Bisher waren die beiden deutlich länger am Gaumen zu spüren und der kommt auch am besten durch Eis durch. Der am zweitbesten und die beiden verschwinden relativ schnell. Dann nehmen wir uns den Cell Wiki vor. Wie viel Alkohol hat der? 42%. Das lässt irgendwie hoffen, oder? Hier haben wir wieder ein bisschen mehr Chance, dass der erhöhte Alkohol den Gin auch mit Tonic stärker schmecken lässt. In der Nase sehr dünn. In der Nase sehr dünn. Deutlich mehr Volumen als seine beiden Vorgänger. Aber auch eine Note Alkohol. Das habe ich bei den anderen Vieren so gar nicht geschmeckt. Also nichts hat mich irgendwie an Alkohol pur erinnert. Hier haben wir mehr dunklere Noten, also mehr würzige Noten. Ich sage mal ganz, ganz, ganz feine Kräuter. Aber ohne dominant zu sein. Auch wieder durch sein erhöhtes Volumen. Wenig Kieferneindruck, wenig Waldeindruck. Aber insgesamt sehr kräftiger am Volumen. Also der Gin und der Gin sind eher für die Fortgeschrittenen geeignet. Und diese drei sind deutlich für den einfachen Genuss auf einer Feier, ohne viel Nachdenken, einfach ins Glas und zwei, drei schöne Longdrinks haben. Ja, Fazit. Ich persönlich würde den vorziehen, weil er für mich am meisten Charakter hat. Das liegt aber auch wahrscheinlich an der Alkoholstärke. Wenn man mehr und mehr Spirituosen probiert, dann neigt man dazu, im Alkohol etwas höher gehen zu wollen. Einfach, weil es mehr Geschmack ist. Alkohol ist immer auch ein Geschmacksträger. Und deshalb gefällt der mir wahrscheinlich am besten. Und dieses Waldaroma, Kiefernaroma, das mag ich. Das mag nicht jeder, gerade Einsteiger. Eher nicht. Einsteiger mögen Citrusfresh. Also wird der wahrscheinlich der beste Einsteiger sein, weil er diese Citrusfresche hat. Als zweites wird der Hempstead sein, für den Einstieg durch seine leichte Minznote, auch für den ganzen Abend. Der ist auch schnell weg im Geschmack. Und die beiden sind, wie gesagt, für den etwas Fortgeschrittenen deutlich besser geeignet. Wenn wir mit einem Schnitt Zitrone arbeiten, zum Beispiel, dann wiederum verändert sich das ein bisschen. Ich würde dann sagen, dass diese beiden den Geschmack komplett annehmen. Und du eigentlich nur noch die Zitrone hast. Der hier wird deutlich aufgewertet. Mit einem Schnitt Zitrone wird wahrscheinlich der am besten abschneiden. Und wenn du sowas kennst auf der Party, halbe Scheibe Zitrone oder Schnitz, ist egal, mit in den Drink rein, dann ist der die richtige Wahl. Alles in allem, kann ich sagen, kann man alle kaufen, gerade für den Preis. Werden sie im direkten Vergleich mit einem richtig guten Gin standhalten? Nein, eher nicht. Dafür sind sie zu schnell weg, zu flach, zu einfach. Aber für eine Party, schmaler Thaler, die schmecken auf jeden Fall, kann man da was anstellen, ein bisschen was dazu, mit Zitrone zum Beispiel, wie ich schon sagte, wunderbarer Drink für den Abend. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017